... Und vor allem, es geht so schwarz tief, genau. Und dann ziehst du es um. Meiner einer. Den kann ich ausschließen, weil ich schon da stehe. Genau. Und dann kommt es hin vielleicht. Dann hast du eigentlich eine lässige Sitzbank eigentlich, normalerweise. Wenn du allein bist, tust du dir nur das weg und kannst auf derer Matratze schlafen. Welche Breite hat das Bett, wenn das ausgezogen ist? Es kommt jetzt auf die Module da drüben drauf an. Aber zwischen 1,20 und 1,40. Aber es liegt an den Modulen. Da gibt es ein bisschen schlankere und ein bisschen breitere. Ja, das können Sie auch drauf. Wenn Sie auch nur hier sitzen. Verstehen Sie das? Ja. Sie schauen zur Höhe für den Städte. Wo bin ich? Also ziehe ich mich wieder zurück. Ja. Schießt. Ja. Schießt. Alles natürlich. Alles natürlich. Alles natürlich. Nürnische Lippen ist von hier auf dem Öl. Keine Lappe, keine Folie. Das Kirschholz. Die Kuchenabteilung wird gut. Ja. Die Kuchenabteilung wird gut. Ja. Sie werden die Kuchenabteilung auf dem Öl. Die Kuchenabteilung wird gut gemacht. Ja. Die Kuchenabteilung wird gut gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, oh, thank you. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.